Wieder mal im Borgdorf. Wieder mal einen fetten Lachs dran. Machen wir mal schauen. Moment ist so, dann Corona darf keiner mehr filmen. Keiner darf hinter mir stehen, neben mir stehen. Jedenfalls nicht mit so einem geringen Abstand. Jetzt habe ich ihn schon weit vorne. Schauen wir mal. Das wird ein harter Kampf. Gut, ich werde die Hände nochmal weglegen. Dauer durch.